Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Arche Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, es ist Mittwoch, es ist wieder Zeit, Team of the Week. Genauer gesagt, Team of the Week Nummer 31 ist jetzt draußen mit CR7, mit Haaland, mit Kimmich und viel mehr und das schauen wir uns heute an. Natürlich auch wieder 19 Uhr Content, genauso wie letzte Woche die Campaign Back Player Pick Squad Building Challenge. Wir haben eine kleine Puzzle-SPC, wieder eine Icon-Moments-Geschichte und falls ihr generell kein FIFA 22-Connect mehr verpassen wollt und ihr täglich am Start sein wollt, dann könnt ihr gerne eins tun, das Video supporten mit einem Daumen nach oben, 500 Likes, gebe ich mir wieder als Ziel raus, roundabout 60%. Haben noch kein Abo dagelassen von den Leuten, die ihr einschaltet, insofern, falls ihr einer davon sein solltet, dann checkt mal gerne unten ab, ob ihr schon die Glocke aktiviert habt. Macht das sehr, sehr gerne, das Ganze ist kostenlos und for free und gerne auch für den Algorithmus eure Meinung mal reinschreiben zum Team of the Week, zum heutigen FIFA 22-SPC-Connect. Also, damit würde ich sagen, starten wir rein, Mittwoch, auch wieder Silverstars, ist draußen nicht nur das, sondern auch wieder die Silber-Experten-Freunde. Ja, und wir gehen direkt rein und gucken uns das Ganze an, Silber-Experten wie immer, 55k-Set, seltenes Mega-Pack, was ihr euch da abholen könnt, ist insgesamt verfügbar jetzt für die letzte Zeit der Season, solange sie quasi noch läuft. Ihr wisst Bescheid, eine Woche ungefähr und 13 Stunden läuft das Ganze noch, 55k-Set, ready to go. Und dann haben wir Silverstars, einen interessanten Spieler, gucken uns natürlich gleich alles mit dem Team of the Week bei Footbin explizit um an. Medell ist draußen, richtig coole Geschichte, ein bisschen Feeling von damals kommt dann hoch, 74er-Rating, für eine Silberkarte ganz in Ordnung. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich natürlich on-point nochmal alles an. Ihr seht es hier, die Balance bei 97, eskaliert mal richtig, 95k-Aggressivität, wie man ihn kennt, den kleinen Kampfzweck, mittelhoch. Ja, und er ist auf jeden Fall hier am Start, 3 Siege, 8 Tore, 6 Torvorlagen in der Silber-Lounge, wie wir das Ganze halt kennen. Das zu den Objectives, ja, das Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2 sind die SBCs. Und da haben wir heute eine ganz nice, wie ich finde, oder überraschend günstige, in Anführungsstrichen, Squad-Bending-Challenge und das Prime-Icon-Moments, Eric Cantona. Er ist draußen, wenn wir bedenken, dass gestern Viera 11-Segmente teuer war, er ist mit 10 Segmenten draußen. Ja, und wir kennen die Karte, ein absolutes Biest mit 5 Stern, 4 Stern, 1,88 Körpergröße, Hoch-Mittel-Arbeitsraten. Und ihr seht es hier, was ist das bitte für ein Biest? 93 Physis, 95 Dribbling, 91 passen, 96er Schuss, 91er Tempo, die ganzen Eigenschaften, die er mitbringt. Und dann haben wir insgesamt nur einen Bronze-Silber-Score. Dann geht es los mit 84er, 85er, dann unten 86er, zwei Stück und dann haben wir zwei 87er und dann ganz unten. Das würde euch vielleicht ein bisschen was an Zeit dann dauern oder Zeit kosten, besser gesagt. 88er und 89er Gretton-Squad. Das ist Cantona und das ist alles. Tatsächlich, ich hätte gedacht, es würde auf jeden Fall für ihn günstiger. Und insofern, man sieht es auch schon bei Footbill, 70% Daumen nach oben. Also die kommt echt gut an und ich war extrem, extrem überrascht. Gehen wir weiter. Und das ist nicht direkt jetzt zum Team of the Week, sondern zur neuen Squad-Bending-Challenge. Und darüber müssen wir einfach gerade reden, Freunde. Wir müssen gerade darüber reden. Und zwar ist mal wieder draußen, also hier erstmal Ehrlichkeit ist draußen, zwei Tage, seltenes Gemüse-Spieler-Pack. Hier seht ihr es einmal, wir müssen abgeben, 75 Gretton-Squad. 90 Teams-Spiel, kann man mitnehmen, hat das kleine feine Set. Versucht es, ist tradable. Also das auf jeden Fall dazu. Aber jetzt bitte zu der Kampagne Wunder-Twitter. Freunde, wieder eine Player-Pick, wieder zweimal wiederholbar. Und wenn wir reingehen, drei Tage verfügbar, ja, alles schön und gut. 70.000 Münzen, 84er-Gretton-Squad mit zwei TOTWs. Was denkt sich EA dabei? Freunde, was ist da los? Also, what? Warum? Erklärt es mir. Warum ist EA jetzt? Ja, wir reden kurz vor dem Team of the Season darüber, jetzt zwei Team of the Weeks abzugeben und ein 84er-Gretton-Squad. Und was bekommen wir zurück? Letzte Woche, ja, was quasi vor letzter Woche quasi addiert worden ist. Sind sie jetzt durch Footcaptains-Team-Wall-2-Spieler? Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen, was EA da gemacht hat. Also wir können Future-Stars-Spieler Nummer 1 und 2, Footbirthday 1 und 2 und Footcaptains 1 und 2 eben in dieser Wundertüte ziehen. Wir werden gleich vielleicht 1 oder 2 maximal machen. Letzte Woche hatten wir 5. Ich glaube, die Woche davor hatten wir 10 gemacht und sonst auch mindestens 10, vielleicht auch 11 oder 12 haben wir gemacht. Dementsprechend, falls ihr sehen wollt, wie die Wundertüte aussieht, dann bleibt gerne hier im Video dran. Wir werden gleich 1 oder 2 auf jeden Fall machen, aber gerne auch nochmal die Erinnerung, geht gerne auch an das Video von letzter Woche, um euch die Wundertüten anzuschauen, ob es sich lohnen oder halt eben nicht. Oder ihr werdet es versuchen, ist euer Ding. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu runter in die Kommentare. Ja, das sind die 4 mit der Leihgeschichte von Cantona Squad Building Challenges, die draußen sind. Und jetzt gehen wir natürlich erstmal hier zu, ja, äh, ja, zum Team of the Week rein, zu Squad Battles und schauen uns das Ganze an. Ja, Team of the Week Nummer 31 draußen mit natürlich dem Mainman CS7. Wir haben Haaland draußen, Featured Team of the Week sehen wir da schon, interessant. Ich glaube, Position change, Kalulu, Rechtsverteidiger mit 88 Pace. Und Martinez auch immer eine nice Karte mit den 4-Sterne, 4-Sterne. Kimmich ist mal wieder am Start, ein Spielerbild, wo er nicht einmal schreit. Interessant, wir gehen kurz durch. Torwart SBC-Futter, Ledesma. Dann Troussard, SBC-Futter, immerhin 4-Sterne, 4-Sterne von LM auf linken Außenverteidiger-Posten. Dann Kalulu, relativ interessant, wegen des Links, ja, Perfect Link zu Hernandez beispielsweise. Und dementsprechend, wenn er als Innenverteidiger da wäre, als Rechtsverteidiger jetzt eine interessante Kombination mit der neuen Position, wie ich finde. Dann geht es weiter mit Kavajal. Er ist als Linksverteidiger draußen, sonst wir haben auf der rechten Seite unterwegs. Dann haben wir Bruno Gemarisch als ZM draußen. Wir haben Kimmich als 92er, schönes hohes Rating, aber Tempo absolut lost. Dann geht es los mit Toreida, 83, dann haben wir 84er Goodwin mit Pace. Cristiano Ronaldo natürlich der Mainman schlechthin, 5-Sterne, 4-Sterne. Dann haben wir Haaland, leider 3-Sterne, 3-Sterne, ja, dementsprechend aber trotzdem natürlich hier einmal draußen. Dann haben wir Martinez, der zumindest mit 4-4 absolut besser spielbar, was das angeht. Und das ist der Main-Squad. Dann haben wir auf der Reserve zwei Silberkarten, können wir theoretisch wegen den Base-Karten, die sind Bronze, Wales und Illy, aus Bronze-Sets ziehen. Und dann geht es weiter mit, zum Beispiel von Schalke, den Bülter, den wir noch können, Dembélé, Tarimi als 86er, linker Flügel. Keins ist draußen, absolut verdient. Sightline auch aus der Bundesliga, Hanko, Thomas und ein 4-Star. Mit, glaube ich, dem zweiten Team of the Week schon. Das ist auf jeden Fall das Team of the Week Nummer 31. Ja, Freunde, und alles gemeinsam, schauen wir uns jetzt gleich nochmal mit Footbin an. Und ich sehe gerade schon Kalulu, die Base-Karte ist tatsächlich Rechtsverteidiger, der letzte In-Form von ihm. War aber Innenverteidiger, also das hatte ich einmal geswitcht. Also seine, ja, normale Base-Position ist sozusagen, Basisposition, ist die Rechtsverteidiger-Position. Und damit, let's go, und rein zu Footbin. Ja, Freunde, bevor wir zu der Wundertüte gehen, gehen wir kurz zu CR7. Carl Luno, Cantona, schauen wir uns vielleicht kurz an. Zumindest die Squad-Billy-Challenge. Medell, Haaland auf jeden Fall, Kimmich, ist doch klar. Denkt dran, Wants to Watch natürlich auch wieder am Start. Aber es kann natürlich sein, dass er auch in der Wundertüte einen Ronaldo als Footbirthday zieht. Gestern, ich glaube, letzte Woche haben wir es, glaube ich, ihn als Normal gezogen. Da war er noch nicht als Special-Karte Team of the Week draußen. Ja, und dann haben wir eigentlich interessante Position-Changes. Aber sonst reden wir eigentlich immer über das Gleiche beim Team of the Week. Und insofern schauen wir uns das Ganze jetzt einmal angehen. Kurz zu den Squad-Building-Challenges. Und da sehen wir dann noch keinen Preis. Aber 75%, fast jetzt schon bei Cantona. 50-50, die Wundertüte, dass die immer noch so gut ankommt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die 50-50 gewertet wird. Ja, und insofern, ab zu den Spielern. Fangen wir an mit einem Cover-Hall. 85er-Rating für den Kollegen auf der Base. Nur ein Plus-Eins. Und dementsprechend, ich hätte gedacht, der Boost ist etwas mehr, aber es ist ein ganz normaler In-Form-Boost. Insofern, bis auf die Position-Change-Geschichte, sonst ganz klares SBC-Futter. Hier auch Position-Change von Mittelfeld, eben als linker Außenverteidiger jetzt hier am Start. Ordentlicher Boost, alles schön und gut. Heading-Accuracy plus 12, aber auch hier ganz klares SBC-Futter. Kimmich kommt um die Ecke jetzt hier mit dem weiteren Upgrade für seinen Headliner. Und er hat 3-Sterne, 4-Sterne. Er hat halt die komische Tempo-Aufteilung. Das müssen wir ganz klar sagen. Das muss noch hier geupgradet werden. Aber ihr seht es ja. 99 Ausdauer, da läuft euch natürlich alles ab. Aber wir müssen auch hier wieder überlegen, Alternativen. Eben im Mittelfeld. Habt ihr schon eine Icon? Ja, nein. Und für mich halt am störendsten ist tatsächlich die Tempo-Aufteilung. Ja, es ist halt mal wieder eine Kimmich-Karte, die insgesamt jetzt dritter Inform-Karte für ihn schon am Start. Gehen wir zum Haaland. Bei ihm halt, wie gesagt, das Blödeste mit den 3-Sterne, 3-Sterne. Tempo-Aufteilung auch ein bisschen komisch mit andere 83 und 95er Sprintgeschwindigkeit. G.J. Ballonzer auf jeden Fall für mich ein Boost-Wert. Insofern wahrscheinlich ein Engine. Und sonst müssen wir mal überlegen. Ja, nur 60.000 wegen dem 3-3. Aber ob wir den zu einem noch, noch besseren Stürmer machen. Vielleicht ein Dead-Eye. Wegen des Passens nochmal ordentlich boosten. Der Schuss ist natürlich dann richtig brutal. Ich denke, da muss man sich einfach durchprobieren. Dann haben wir die Silver Star-Geschichte mit Medell. Den gucken wir uns auch mal natürlich eben an. Mit Shadow 88er ZDM. Sogar fast ein Innenverteidiger. 90er Innenverteidiger mit Encore, ne? Wow, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist so gut auch vielleicht als Innenverteidiger am Start. Aber mit 1,71 Körpergröße ist natürlich dann komplett vorbei. Gute Reactions, gute Balance. Wie gesagt, vielleicht ein Engine fürs Mittelfeld. Überlegt es euch. Aber dann ist die Depth und Physis halt nicht da. Ja, insofern vielleicht doch ein anderer Chemistry-Style. Ja, Cantona, absolutes Biest. Insofern, lass mich da auch gerne nochmal reinwissen in die Kommentare. Was sagt ihr zum Preis der Squad-Body-Challenge? Auf dem Markt 1,3, 1,4 auf der Xbox. Wie sieht es preislich hier aus? Ja, ist dadurch durch die Ankündigung runtergegangen vom Preis. Oder auf dem Weg nach unten natürlich jetzt durch die SBC. Aber das ist ja bei allen so, die als SBC rauskommen. Und dann haben wir hier den besagten Karl Lunu von eben. Ja, 2-Sterne, 3-Sterne. Also seine Base-Karte, Rechtsverteidiger. Dann die Innenverteidiger-Karte war jetzt eben 77er-Rating. Und ihr habt euch auch nochmal gefragt, oder mich nochmal vor allen Dingen gefragt, was ist jetzt eigentlich dieser Feature Team of the Week? Er kriegt quasi zwei TOTWs auf seine jetzige aktuell beste Karte. Also auf die 77er sind jetzt quasi zwei Team of the Weeks draufgekommen. Also ein Boost von einem Team of the Week. Und anstatt einem hat er also zwei Boosts gekriegt. Und dementsprechend auch der Boost hier am Start. Ihr seht es, sieben Pace haben wir hier on top. Neun Physis, sieben Def. Wir haben hier acht Dribbling on top. Mit plus acht Reactions auf der Rechtsverteidiger-Position. Wenn er natürlich jetzt noch Innenverteidiger geblieben wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht über die 30K hier reden, sondern vielleicht über ein bisschen mehr. Aber dann würden wir wieder darüber diskutieren. Neue Innenverteidiger und der Reaction-Stat ist bei 79 auch wirklich sehr, sehr niedrig, wenn wir da über Alternativen nachdenken. Ja, und dann haben wir den Mainman schlechthin. Einen CR7. Da müssen wir natürlich auch überlegen. 94er Karte werden viele haben. 97er Karte vielleicht auch schon die ein oder anderen. Oder hat halt bessere Karten, ja. Also es ist der Boost zur One-to-Watch-Karte. Aber im Vergleich jetzt beispielsweise zur 92er. Der ist natürlich nicht groß. Würdet ihr es machen? Würdet ihr es nicht machen? Physis ist bei 78 geblieben. Tatsächlich da kein Boost. Dann können wir von der 92er Karte ausgehen. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber ihr seht es auf jeden Fall. Die Überlegung, ihn zu machen. Drei Jumping von der anderen 92er Inform-Karte. Guckt euch das an. So ein großer Unterschied ist tatsächlich nicht da. Also insofern jetzt erstmal abwarten, würde ich sagen. Und Tee trinken. Fünf Sterne, vier Sterne. Aber natürlich nice. Und ja, dementsprechend der Mainman in diesem dieswöchigen Team of the Week. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt kurz in die Butter-Tüte. Und beenden damit das Video. Und damit let's go. So Freunde, da ist der Kampagnen-Player-Pick. Dann schauen wir doch mal rein, ob sich das denn hier lohnt oder nicht. Ey, nice. Wir haben Dempsey als Foot-Captain oder Captain-Hero am Start. Damsgat außerdem auch. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall die auf den Captain-Hero gehen. Dempsey am Start. 91er Rating. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn das der Fall ist, liebe da lassen. Support ist kein Mord. Ihr wisst Bescheid. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns morgen in all der Frische. Gerne auch den Clip-Channel abchecken. Dankeschön für euren Support. Haut rein. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.